Jetzt sind wir morgen im Pokalfinale. Wahrscheinlich sind wir das, was man so als Favorit bezeichnet und wir müssen morgen eben unter Beweis stellen. Wir müssen konzentriert spielen, wir müssen gut spielen und dann gibt es, glaube ich, eine ordentliche Chance, dass wir auch das Double gewinnen. Ich glaube, wir haben eine Verpflichtung und Verantwortung, das Double zu gewinnen unserem Trainer gegenüber. Man darf nicht vergessen, der hat morgen sein allerletztes Spiel seiner Karriere. Der geht danach ja wirklich jetzt endgültig in den verdienten Ruhestand. Können wir das schriftlich haben, bitte. Müller hat es ja letzte Woche, wir haben so eine Collage anfertigen lassen, da musste jeder Spieler einen Spruch hinschreiben, da hat Müller eingeschrieben, wir sehen uns im Oktober. Und der Müller hat ja immer einen guten Riecher, ne? Ja, gute Sprüche hat er schon. Hoffentlich hat er morgen einen guten Tag auf dem Platz. Ruhestand.